Ich gebe ihm noch eine Minute. Wir sind nicht in der Zone. Wir müssen da runter, safe. Wir sind in der Marke. Da, wo der wartet. Ja, ist die beste Variante, würde ich sagen, oder? Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich schon besetzt sein. Vorher war der Gild mit Marke da. Go, go, go! Wir müssen da unten links hingehen, oder? Ja, wir müssen auch in das Haus da unten runter. Ich meine, wir können auch gerne hier oben ins Felsen sitzen bleiben. Ist mir eigentlich egal. Eigentlich sitzen wir hier ja schon in der Zone, ne? Ja. Aber hier ist es irgendwie scheiße zu sitzen. Ja, also entweder zu den Häusern, oder? Hier bleiben, was sagst du? Ja, jetzt laufen wir halt mal davor, irgendwie. Gibt's ja nicht, hey. Was ist denn da los? Habe ich jetzt, ich habe jetzt das gleiche, wie du oben bei 290 gerade am Felsen sitzt, einer? Zwei? Ist der große Jungen? Drei, vier, fünf. Äh, zwei Leute sitzen da. Bei 190? 290 oben an diesem Felsen, da sind zwei Leute hingelaufen. Da hört man auch die Schüsse schon. Oben, die laufen oben bei der Kuppe. Nordwesten ist schon einer zu sehen gewesen. Der läuft jetzt Richtung Norden, quasi, oben. Das ist auf der Krasse. Nein, auf 285 Grad. Läuft auch zwischen den Bergen. Ich treffe den ähnlich mit der Helfe. Das ist die Großer. Kannst auch mal was ankündigen, wenn du was siehst. Schießt einfach und sagst aber gar nichts. Ja, direkt vor mir, das siegst du eh nicht. Du bist da ein wenig ein Blender. Der Helfe ist definitiv besoffen. Macht nix. Wenn einer er trifft, ist mir das egal. Auf der anderen Seite schießen sie irgendwie, ne? Das ist gar nicht so einfach, wie du aber denkst. Der ist schon tot. Ja, der ist tot, Alex. Ja, ich schließe trotzdem weiter drauf. Ist das Putz so schön. Ist auf jeden Fall noch einer, aber 85 die Zone kommt. Die Zone kommt. Ist ja schon eh schon selber. Kann ich da nicht rausspringen, ich hasse das. Schönes Häuschen hier. Kein Headshot. Na, na, na. Du sagst überhaupt nichts an, Mann. Das geht mir voll auf den Keks. Ja, ein Hubbel. Einer Hubbel, Mann. 3,30. Ja, dann hab ich ja. Zwar hab ich. Ich kann das, kann ich von hier aus eh nicht sehen. Sauber gemacht auf jeden Fall. Da ist nur einer, gell? Zwei Stück, ne? Es sitzt auch nur, das ist, wir sind nur noch zu zweit. Es sind nur noch zwei andere. Einer ist, ja, da und der andere ist der Typ da hinten, den ich eben schon gesehen hab. Auf 75 Grad oder so. Der ist irgendwie auf der anderen Seite hinten gewesen. War der Typ bei dem Typen, den ich gerade, wo ich noch nicht wusste, dass er tot ist. Da saß noch einer. Wo ist denn der da? Ist der jetzt auf 335? Ja, das schaut aus, als er in den Kopf rausschaut. In dem, in dem, in dem Scheiß-Busch. Hinter dem Sto-Maschen da. Hat sie doch bewegt, oder? Was, der hat denn das bewegt? Das ist ein Stein, Alter. Das ist ein Stein, der da voll offensichtlich liegt. Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Person. Nicht der Stein, wunderbar sind die. Hier vorne ist ein kleines Häuschen, da könnte einer drin sein. Der Bulli steht auch im Feld, ne? Neben uns, rechts irgendwo. Schritte gehört? Rechts hier vor uns oben ist Schritte zu haben gewesen. Ja, hier vorne. Ui, ei, 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 ei. Was schon, ich bin schon drauf, ey. Weiter rechts, weiter, ich verkack völlig. Weiter rechts, sauber gemacht, Alter. Sau, Alter. Du bist so ein Scheiß-Lacker, Alter, unglaublich.